Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu, wir sind dann wieder zur nächsten 10 Raketenständer. Wir starten mit der Zink Z1 in blau, mit der blauen Kappe. Viel Spaß. Alter, die war stark. Die war sehr stark. So, dann gehe ich jetzt hier mal weiter mit der Screaming Rocket. Wie geht's schnell? Alter, die sind krank. So, dann, was haben wir hier? Speed Rocket von Rupro. Mach doch einmal ein bisschen schräg, um die Blut nicht rausnehmen. Zeit. So. Nicht schlecht. Auf jeden Fall kosten auch gar nicht viel. So, dann. X100. X100 White. Von Explode. Poolkopfrakette. Boah. Boah, schön. Schön. Schön weiße Linker. So, dann mit der Bang von den Bang & Freedom Rockets von Nico. Wow. Boah, hast du dich hochgefilmt? Doch. Aber? Nichts? So, dann jetzt hier. Die. Rote Salute. Pakete. So, ich muss auch nicht sehen. Nicht schlecht. Mal wieder. Wenn man es von Funke kennt, dann Gold. Rocket kann hier schon mal von der. Gold Rocket von Funke. Bisschen enttäuscht bist ja heute. Ja, nicht schlecht. Nicht schön. Dann. Eine Gemini. Und zwar die rote. Hast du Gemini? Natürlich. Gemini. Das heißt Gemini. Das heißt Zwilling. Eingespruchen. Egal, schnell sie auch Gemini. Was lauert. Doppelschlag, oder? Schön. Ganz nett. So, das letzte ist ja immer noch rüber geflogen. Ich weiß nicht warum. Boah, jetzt kannst du ja wieder zurückholen. Ich sage dann nochmal eine zweite Gemini. Ja. Fahr die weiße. Was geht's? Das ist der Pappschilten. Wow. Aber der Doppelschlag, bitte. Das ist Shell Rocket Nummer 34er. Als kleines Finale. Von Argento. Die sind echt gut. Wow, Auto kommt da. Schnell noch. Wow. Die war krank. Ich würde sagen, lasst ein Like für den nächsten Part da. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao.